Oh, hey, hey, nicht schießen! Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn hier? Nein, nein! Jake, nicht! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarewitsch, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen? Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmelungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt, jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh, nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Oh, oh, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarewitsch uns einholt. Also... Oh, man, Nate! Hey, Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. Ähm, sorry. Kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Auch Elena Fischer. Vorjahresmodell. Haha, witzig. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir nur nicht zugetraut, dass du auch solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel taffer, als sie aussieht, ehrlich. Oh. Oh, was? Du lebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's euch zu. Ach, verstehe. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Wir halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Nate, wenn Lazarewitsch dich und mich zusammen... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen? Verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber nochmal drüber nach. Mist. Lauft! Stimmt, Eleanor hieß die gute, nicht Ellie. Aber ist ja fast... Ist ja fast so ähnlich. So, ich wollte gerade sagen, nicht mehr... Nicht mehr in die Kälze. Kann ich das endlich... Kann ich das... Doch, doch. Ich hoffe, ich habe, dass die Dings da drin steckt. So, jetzt kann ich sie nämlich... Geh zurück, Mann. Da wird gerade sein, lass dich von der Bombe erwischen, aber... Natürlich geht draus nicht. Gut. Ich bin im Training. Einfach weiter. Ey, das war nur zur Begrüßung auf die alten Zeit. Einfach mal... ...was rumsen lassen. Finde ich wahrscheinlich viel zöger, wie ich sollte. Ich weiß es nicht. So. Helft mir mit der Tür. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Ach, geschafft. Danke. Toll. Ach, ja. Warte, warte, warte. Hier oben war doch auch noch irgendwas. War schön, dass sie mitdenkt. Obwohl ich eigentlich eher gedacht hatte, da oben wäre ein Schatz gewesen. Danke. Ah, okay. So, jetzt muss ich mal gucken, dass... Oh Gott, das kann... Oh Gott, ich habe bloß... Naja, was heißt bloß? Es geht eigentlich. Äh, welches ist denn das? Guck mal, da, 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 da... Haben das nicht drei? Na gut. Ich versuche mal mein Glück. Ich glaube aber nicht, dass ich es nicht kriege. Ja. Das weiß ich. Ach, einfach drunter? Ah, okay, dann... Ah, ah, okay. Äh, pass auf. Ich glaube, da unten habe ich zwar auch welche, oder kann ich einfach so mit den Dingen runter? Ah, so ähnlich. So ähnlich. Ach so, ich dachte, ich muss das immer nochmal anvisieren. Äh. Räuchte es an sich gar nicht, aber... Wir machen uns mal Spaß. Ich dachte, der schießt... Mann. Nee, geil. Hallo, was macht's? Ja. Weiter geht's. Boah, das habe ich beim ersten Mal auch nie gerafft. Da habe ich zwar es eh eine Autor, aber ich... War echt zu blöd. Ich glaube, das habe ich sogar mit der Granate gemacht. Da habe ich die Dinger gar nicht mehr gesehen. Ja, dann geht's aber weiter. Aber können wir nicht ihr den Spitznamen Ellie geben? Ich meine, das ist doch gar nicht zu schützen, oder? So. Oh, drüben sind wir. Und das ist klar, es geht bestimmt gleich weiter. Ich weiß es doch. Hier ist schon ein bisschen so. Warte. Nein, jetzt habe ich... Fuck. Fuck. Oh. Oh. Mann, geliegt hier nicht irgendwo eine Handgranate rum? Oh, oh, oh. Ich bin ja auf einfach, da haben wir Zeit. Boah, kack, ich glaube, das ist doch so hoch. Oh, 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 oh. Da kann ich auch direkt hochrennen, bringt genauso viel. Auah, bloß in die Eier. Ja, ich weiß es schon, ob ich das nicht. Ja, hier. Okay, ja, und schon war das schlecht. Ich fahr noch mal kurz. Na. Au, 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 au. Das ist vielleicht dumm. Das ist vielleicht dumm. Oh, boah, das ist richtig dumm. Ich bin tot. Oh, na, warte, 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 warte. Warte. Super. So. Vielleicht war das doch gar nicht so geschildert. Da gibt's ja anscheinlich also So, ab Ränder Alter Alter Lufu, der frisst echt viel Okay, sieht gut aus War hier nicht noch irgendwas? Jo Ach ja, die beiden So, pass auf Ich muss doch das Rohr, ich seh das doch schon Da hättet mein Rohr, da muss ich hoch Ach ja, ich flieb Seht ihr was da oben? Kommt, hier lang Das waren Widerstandskämpfer Nicht so langsam Genau Oh, ich überlege gerade Irgendwie fehlt mir da gerade was Oder das kommt noch Willst du aber nichts verraten Oder Spoilern 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 Hex-Spoilern Okay Hier sollten wir sicher sein Warte, warte, warte Cool Wenn ich schon so wenig Schatz habe Ich will mich mal hier umgucken Weil mir ist so, als ob hier auch was gewesen wäre Ich kann mich natürlich auch täuschen Aber das sieht so aus Oder kommt hier die Szene, die ich eigentlich noch vermisse? Nee Da Aber das meinte ich eigentlich gar nicht Aber na gut Meistens gibt es ja in einer Szene, sag ich mal Sowieso bloß ein Selten, dass es da so viel mehr gibt Hier bloß nochmal Nö Na gut, wenigstens haben wir seit langem mal wieder ein Claire Schätzchen gefunden Drei da Na, was sagst du jetzt? Du hast uns direkt hergeführt Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet Ach nein, nicht direkt Na, vielen Dank Okay Hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stadt Nate Ein riesiger Rosafir Ist Millionen wert Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert Wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein Naja, der Stein selbst ist nicht hier Hey, seht mal hin! Er ist in Shambhala Shambhala Nate Ja, weißt du, Shangri-La Kommst du mal bitte her, Schätzchen Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen Gute Idee Kommt! Okay, gut, hier sind wir erstmal sicher Das ergibt keinen Sinn, Nate Lazariewicz kann wohl kaum auf Geld aus sein Er braucht keins Du übersiehst was Komm schon, wir sind nicht zum Spaß hier Ihr zwei bleibt hier Gut, bitte bleibt, wo ihr seid Wir sind gleich wieder da Wer's glaubt Na, das ist schon besser Du mach das Geheimnis, die sind ein paar Die sind kein paar Äh, warte, warte, warte Aber ich weiß, hier gab es, glaube ich, mehr wie einen Schatz Das nicht sogar Also das Rumrätsel, wie man an manche Schätze kommt Der macht eigentlich auch ziemlich viel Fun Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt direkt schon von hier aus rankam Er macht ja so eine Leuchte nicht an Komm ich hier überhaupt hoch? Ja Weil ich möchte sagen, auf der anderen Seite war Okay, dann war der doch auf dieser Seite Ja gut, für einen alten Suppenlöffel machen wir das natürlich keiner Und jetzt kommen wir zum ersten größeren Rätsel Das hat aber echt Drang dauert Warte mal, Kapitel 8 Das ist definitiv der richtige Tempel Ach Warte Hier muss irgendwo der Eingang versteckt sein Nicht wundern, aber dass ich das Das Ja Das sieht aus, als wäre das Erste Es muss irgendwas mit den Armen zu tun haben Jo Rese käme ich natürlich an sich schon Könnte jetzt aber trotzdem ein bisschen länger dauern Aber ich meine, das als Thumbnail ist doch Ganz geil Auch wenn es keine Remaster dazu schließt Ja, Mensch Weg Warte, warte Wie war denn das? Oh War das hier rüber? Ich weiß es gar nicht genau Alter Weg, bitte Nein, 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 nein Warte Ich sehe mir das mal näher an Okay Du siehst hier immer alles Ich warte hier unten Joa Okay Gut Vielleicht habe ich Vielleicht habe ich ja echt Glück Und ich kriege das echt schnell wieder zusammen Sehr schön Danke Danke Warte Ich bin okay Alles gut Alles subi So, jetzt sollte sich aber oben irgendwas getan haben Oder? Warte mal Ich gucke mir die Typen trotzdem vorhin nochmal an Warte, warte, warte Das Ding passt noch nicht Ich weiß gar nicht, ob wir bis zwei Arme machen müssen Das, die müssen wir umdrehen Und da müsste ich Muss ich da auch nochmal da unten hin? Äh, da oben hin Alter Ich wollte ja gerade sagen Ich musste doch an einem Vierarm was machen So, der passt Oder? Zeigt der jetzt? Ich hoffe, der zeigt jetzt auch richtig Ja, doch Der zeigt richtig Der zeigt richtig Da drüben und da drüben oben Warte kurz Da kam ich nicht direkt hin Oh, ich weiß es nicht mehr genau Ich bin mir echt unsicher Ich kann es ja mal versuchen Nein, nein Nein Ach, nee Kam ich hier nicht? Kam ich? Nee Okay Ja, ja Ja, ich gehe mal auf die andere Seite Mal gucken Mal hier noch was Weil die untersten Arme sind ja eigentlich immer ganz leicht gewesen Da kommst du normalerweise so ran Aber ich verwechse, dass du mich wieder mit irgendeinem anderen Rätsel Wo dann irgendwas aus der Wand kam Kommt der da überhaupt oben ran? Sag ich nicht Kam er hier da oben ran? Auch nicht Oh Da kam ich bloß da rüber Okay Komm hier ein bisschen weiter hoch Oder so Nee Sicher, dass das stimmt? Nein Deswegen gucke ich jetzt nochmal nach Schuldigung Der war doch richtig Und? Rauf Mit dir Wie sieht das aus? Na woher soll ich das wissen? Du hast doch das Buch Aber er ist rumklugscheitern Wiegt das richtig an? Ach so, ja Och, mir reicht's schon, dir zuzusehen Und du? Hallo? Äh, hallo? Ach der Ich sehe, ich habe das jetzt als Plattform-Account Hilfe Gut Okay Okay Vielleicht nehme ich da auch das als Plattform-Account Keine Ahnung So, jetzt bitte nicht zu schnell Zu schnell runter Und dann eventuell sterben Das wäre ungeil Ähm Scheiße, war ich jetzt zu schnell beim runter Tüdel? War ich jetzt zu vor, ehrlich? Warte, konnte ich auf den nicht einfach so hoch klettern? Oder muss ich jetzt nochmal da oben hin? Weil ich sonst nicht reinkomme Warte mal Was ist? Chloe, das ist nicht einfach ein Dolch Das ist ein Schlüssel Hm Sehen wir mal Was er öffnet Das könnte ja jetzt spoilern Aber Wir gucken uns und so Ist echt gruselig, aber Sag A So, tut sich was? Das Wasser läuft ab Und Ich habe die Tür gefunden Geschafft Also Eigentlich war ich das Komm ja schon Ich habe die Tür